Das Gefühl war, als würden wir jetzt plötzlich mitten in Japan stehen, mit nur den Klamotten, die wir anhaben. Wir verstehen die Sprache nicht, wir verstehen die Menschen nicht, die Kultur nicht, alles ist neu. Und so hat sich meine Stadt angefühlt, weil ich einfach nicht wusste, wie sprechen Menschen, wie funktioniert die Welt. Ich kannte die Welt nicht, ich war immer nur in dieser Glocke. So beschreibt Mia Page den Tag, als sie auf der Straße stand, mit nichts außer ihren Klamotten am Leib, geflohen vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Es war trotzdem der glücklichste Tag ihres Lebens, sagt sie, denn vorher kannte sie nur die Welt der Zeugen Jehovas, bei denen sie aufgewachsen ist. Mia Page ist heute erfolgreiche Kommunikations- und Selbstbewusstseinstrainerin. Sie hat einen reichweitenstarken Social-Media-Kanal und hat ein Buch mit Kommunikationstipps geschrieben. Dass sie so viel über Kommunikation weiß, verdankt sie absurderweise ausgerechnet ihrer Kindheit, wo sie immer schweigen musste. Denn das wurde von ihr als Mädchen und als Frau zu Hause erwartet. Alle Dinge, die uns geschehen, haben irgendwo Vor- und Nachteile. Und ich habe meine super Kraft in der Stille gefunden. Ich durfte nicht sprechen. Am besten sollte ich gar nichts sagen. Dasehen, sein, hübsch aussehen und das war's. Aber ich konnte durch das Stillsein andere Menschen beobachten, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen. Und habe immer mehr entdeckt, dass hinter jedem einzelnen Wort, das eine Person spricht, eine Intention sitzt. Oder wie eine kleine Stimme, die ihnen sagt, was sie sagen sollen. Und ich habe gelernt, auf diese kleine Stimme zu achten und auf die zu hören. Weil sehr, sehr oft sagen Menschen nicht das, was sie denken. Sie wissen selbst nicht mal, was sie denken. Und durch die Stille konnte ich lernen, ah, ich verstehe, was sie denken. Was, was Ihnen heute ja in Ihrem Job entgegenkommt. Das hilft mir sehr viel, ja. Dass Sie das über viele Jahre beobachten konnten. Sie sind ja trotzdem in die Schule gegangen, hatten also Kontakt zu anderen Kindern. Hatten Sie nie den Gedanken, ich möchte auch so leben wie die? Ständig. Also, so sehr sie es uns versucht haben einzutrichtern, dass die anderen Kinder führen das schlechtere Leben oder werden ein schlechteres Leben haben, hat man als Kind immer das Gefühl, das fühlt sich besser an. Man darf nicht Geburtstag feiern, nicht Weihnachten feiern, nicht gratulieren. Die anderen Kinder dürfen in Schulantreiben, du nicht. Es ist prädestiniert dafür, dass du zum Außenseiter wirst, wenn du alles andere, was andere Kinder nicht dürfen, selbst nicht tun darfst. Und so habe ich mich auch immer wie ein Außenseiter gefühlt und musste so tun, als würde es mir gefallen. Wenn Sie dann von der Schule nach Hause kamen, wie sah da Ihr Alltag aus? Es wurde nie gefragt, ob ich Hausaufgaben habe oder ob ich sie gemacht habe. Niemand hat meine Noten interessiert. Was aber viel wichtiger war, dass ich die Literatur von der Organisation lese, dass ich mich vorbereite auf die Versammlungen, so haben sie ihre Treffen genannt, und dass ich in Dienst gehe, das ist das vom Haus zu Haus predigen, das sind alles Dinge, auf die Wert gelegt wurde. Das heißt, während andere Kinder gespielt haben draußen, durfte ich von Tür zu Tür gehen. Wie alt waren Sie da, als Sie damit angefangen haben? Drei, vier Jahre. Mit drei, vier Jahren? Dann standen Sie eben dabei erst mal. Genau, da stand ich dabei. Dann haben Sie sich das angeguckt, wie missioniert wurde. Genau. Dann haben Sie auch viel über Manipulation gelernt. Ja, das ist auch etwas, was mir heute zugute kommt. Ich sehe, wenn jemand versucht, einen zu manipulieren und welche Muster dahinter stecken, weil es sind immer und immer wieder die gleichen Muster. Und ich durfte sie als kleines Kind leider Gottes kennenlernen, was sich nie gut angefühlt hat, aber ich jetzt eine Stärke habe, die ich anderen mitgeben kann, die in der gleichen Position sind wie ich damals. Wie hat sich das für Sie angefühlt als Kind, wenn Sie da vor einer anderen Haustür gestanden haben, klingeln mussten und missionieren sollten? Also ich stelle mir das persönlich ganz schrecklich vor. Es war so unangenehm. Ich habe immer gehofft, hoffentlich macht jetzt keiner von meinen Schulfreuden auf. Das wäre so peinlich, weil du klingelst an dieser Tür. Die Person, die Hausbesitzer geben dir das Gefühl, dass sie nicht wollen, dass du da bist. Du stößt den ganzen Tag auf Ablehnung. Hundertfach in einer Zeit, wo du noch zart und jung bist und nicht weißt, wo gehst du eigentlich hin und wer bist du, bekommst du ständig die Tür vor der Nase zugeknallt. Das macht eine ganze Menge mit dir. Was für ein Gottesbild haben Sie bei den Zeugen Jehovas erlebt? Sie haben geglaubt, dass Gott ein Mann ist, der uns dauerhaft beobachtet. Er sieht unsere Gedanken, unsere Intentionen, weiß, was wir im Herzen tragen und wird irgendwann mal alle Menschen auslöschen, die böse sind in seinen Augen. In mir wurde erzählt, dass nur diejenigen, die zu dieser Gemeinschaft gehören, überleben werden und in einem Paradies auf der Erde sein werden und alle anderen werden ausgelöscht. Bevor dieser Zeitpunkt irgendwann mal kommt, werden alle Menschen, die ich kenne, alle Nachbarn, Schulfreunde, sich gegen mich wenden. Sie werden versuchen, mich zu schlagen oder mich zu verfolgen oder die verschiedensten Dinge mir antun, weil ich etwas glaube, was sie nicht glauben. Und als Kind war ich in diesem dauerhaften State, jeden Moment passiert das, weil das ist, was mir erzählt wurde. Jeden Moment werden die Menschen gegen uns sein und dann wird das Ende kommen. Also auch Angst vor den Mitschülern, vor Lehrern. Ja, vor allem, was außerhalb ist, wurde uns Angst gemacht, damit wir uns gar nicht erst damit beschäftigen. Tja, ganz schön heftig, was Eltern ihren Kindern da manchmal an Glaubensvorstellungen, auch an Ängsten mit auf den Weg geben können. Kennt ihr sowas auch? Dann teilt das gerne mit uns in den Kommentaren. Zu den Glaubenssätzen, die Mia Page mitgegeben wurden, war auch der, dass eine Frau nur dann etwas wert ist, wenn sie einen Ehemann hat. Sie hat deshalb früh geheiratet und alles wurde noch schlimmer. Ich hatte vorher in meiner Familie psychische Gewalt, physische Gewalt erlebt, als ich dann verheiratet war, noch on top sexuelle Gewalt. Ich habe zwar gehofft, dass es besser wird. Ich war so naiv und habe gedacht, hey, wenn ich dann verheiratet bin und meinen Ehemann habe, dann bestimme ich ja selbst, wie mein Leben aussieht. Was nicht der Fall war. Die Überraschung kam sehr schnell dann danach. Und in meinem Kopf dachte ich, ich bin wirklich gefangen. Es gibt keinen Ausweg für mich, weil ich habe gedacht, dass die ganze Welt so funktioniert. Und er hat sie komplett kontrolliert. Korrekt. Es war absolut normal, dass mein Handy kontrolliert wird, dass geschaut wird, mit wem spreche ich, mit wem habe ich zu tun. Ich sollte so wenig Kontakt mit Personen außerhalb der Gemeinschaft haben, wie nur irgendwie möglich. Und am besten ausschließlich mit meiner Familie. Dann kam der Tag, an dem Sie den Absprung geschafft haben. Was ist da passiert? Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Ich war mit meinem damaligen Mann bei meiner Mutter zu Hause. Er war in einem anderen Zimmer, hat sich einen Fernsehfilm angeschaut und ich habe mich mit meiner Mutter unterhalten für eine Weile, bin zu ihm hingegangen. Und er wollte mein Handy kontrollieren. Aus irgendeinem Grund habe ich an diesem Tag gesagt, nein, ich gebe dir heute mein Handy nicht. Sechs Jahre lang hast du es kontrolliert und nie etwas gefunden. Wenn du mir jetzt nicht glaubst, dann ich werde es dir nie wiedergeben. Er ist ausgeflippt, er ist wütend geworden, hat meine Mutter angeschrien, mich ist rausgestürmt. Und das war für mich der Tag, an dem ich wusste, mir reicht es jetzt. Das war das letzte Mal, dass ich habe irgendwas mit mir machen lassen. Also da war Ihnen klar, ich gehe? War das das erste Mal, dass Sie diesen Gedanken hatten oder ist der vorher schon mal gekommen? Die Schwierigkeit mit dem Gehen war, dass wenn ich versuche, die Glaubensgemeinschaft zu verlassen oder beziehungsweise wenn ich die Glaubensgemeinschaft verlasse, dann müssen alle Menschen, die ich vorher kannte, meine Familie, meine Freunde, die hundert Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, mich behandeln, als wäre ich tot. Sie müssen die Straßenseite wechseln, sie dürfen mich nicht grüßen, sie dürfen nicht mit mir reden. Das heißt, der Preis, dass ich mich scheiden lasse und aus der Gemeinschaft rausgehe, war ein wirklich sehr, sehr hoher Preis, den ich vorher nie bereit war zu zahlen. Aber an diesem Tag war mir einfach alles egal und ich habe gesagt, ich bezahle und mir ist auch egal, was danach kommt. Es wird nicht so schlimm sein, wie jetzt da, wo ich bin. Sie sind gegangen, noch in derselben Nacht? Ja, also das war, ich stand dann da, ich war, ich glaube, zwei Tage, drei Tage bei meiner Mutter und Oma zu Hause. Da war die Entscheidung noch nicht öffentlich gefallen, sondern in meinem Herzen und dann habe ich gesagt, das war es, ich gehe. Und Sie hatten nichts außer den Klamotten, die Sie am Leib trugen oder konnten Sie noch nach Hause gehen zu Ihrem Ehemann und irgendwelche Sachen mitnehmen? Leider nicht. Ich hatte wirklich nur meine Kleidung, die ich am Körper hatte. Die Sachen, die mir gehört haben, habe ich erst fast ein Jahr später bekommen. Was würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, hat Ihnen den Mut gegeben, diesen Schritt zu machen? Weil Sie hatten ja auch keine Ausbildung und nichts. Also Sie wussten ja gar nicht, von was soll ich leben? Ich beschreibe es immer so, das Gefühl war, als würden wir jetzt plötzlich mitten in Japan stehen, mit nur den Klamotten, die wir anhaben. Wir verstehen die Sprache nicht, wir verstehen die Menschen nicht, die Kultur nicht, alles ist neu. Und so hat sich meine Stadt angefühlt, weil ich einfach nicht wusste, wie sprechen Menschen, wie funktioniert die Welt? Ich kannte die Welt nicht, ich war immer nur in dieser Glocke. Aber trotzdem, sagen Sie, es war der glücklichste Tag meines Lebens. Ja, bis heute, wenn ich daran denke, es ist der schönste Tag meines Lebens, weil ich zum allerersten Mal für mich einstand. Vorher ging es wirklich nur darum, was denken andere, wie kann ich anderen nicht schaden, was wollen andere von mir. Das war das erste Mal im Leben, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich mache jetzt das, was ich möchte. Und dieses erste Mal-Feeling ist bis heute das allerschönste. Sie sind dann zu Ihrem Vater gegangen, den Sie vorher nicht kannten, der war Alkoholiker, war gestürzt und im Krankenhaus. Also Sie sind zu ihm ins Krankenzimmer gegangen, das war Ihre erste Anlaufstelle. Ja, mein Vater hatte lange Zeit keinen Kontakt zu mir. Immer wieder mal, als ich kleiner war, dann hat das aufgehört. Und wie das Leben so spielt, eine Woche bevor ich mich entschieden habe, ich gehe jetzt raus, glaube ich, er wollte aufhören zu trinken. Er hat den Entschluss gefasst, aufzuhören zu trinken. Das Problem ist, wenn man Alkoholiker ist und aufhört, dann fällt man in ein Delirium. In diesem Delirium ist er gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen und somit im Krankenhaus gelandet. Für mich war das der einzige Weg, wo ich hinkonnte. Ich konnte bei ihm sein, neben ihm sitzen, auf dem Stuhl, den Pudding essen, den er nicht essen konnte. Also Sie haben dann bei ihm im Krankenhaus quasi gelebt, weil Sie keine Wohnung hatten. Korrekt, ja. Ich hatte sonst nichts außer ihn und das Krankenhaus dort. Und haben auf dem Stuhl übernachtet, neben seinem Bett? Ja, ich saß am Nebenstuhl oder draußen auf einer Bank. Also das war ja, ist ein großer Bereich gewesen, da er in einer bestimmten Part des Krankenhauses war. Nicht dem üblichen eine Notaufnahmepart, sondern den speziell für Alkoholismus. Und von den Ärzten oder Pflegern, Schwestern hat keiner das mitbekommen? Da ist jemand, der ist quasi bei uns im Krankenhaus eingezogen? Nein, ich habe es schon gut versteckt. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, das Gleiche zu tun. Nur für mich war das, ich wusste, wann kann ich rein, wann kann ich dort sein, wann ist es auffällig, wann ist es weniger auffällig. Und habe die Zeit genutzt. Das war nicht lange, Gott sei Dank, aber für die paar Tage hat es mir geholfen. Sie haben sich einen Job gesucht für tagsüber und haben dann als Tellerwäscherin gearbeitet in einer Mensa. Jetzt stellt man sich das ja erstmal nicht als Traumleben vor, tagsüber Tellerwäscher in einer Mensa und dann nachts im Stuhl neben dem Krankenbett übernachten. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit? Ich weiß, von außen wirkt es so, das muss ja voll schlimm gewesen sein. Für mich war das keine Sekunde grauenhaft. Im Gegenteil, das war das erste Mal in Freiheit. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben dieses Gefängnis verlassen, in dem ich drin gesteckt habe. Gut, das Gefängnis bestand aus Gedanken. Trotzdem habe ich es verlassen. Und ich habe mich so frei gefühlt und so voller Energie und glücklich. Das ist für mich wirklich schwierig in Worte zu fassen. Ich weiß, ich bin tagsüber hingegangen und habe Teller gewaschen. Und ich war glücklich, weil ich habe dort Studenten kennengelernt. Das war eine Mensa. Und habe ihnen Essen verteilt und das Essen mitgegeben und konnte neue Leute kennenlernen. Es war für mich alles wie ein kleines Kind, das plötzlich einen Haufen Spielsachen kennenlernt. Wie lange haben Sie als Tellerwäscherin gearbeitet? Ich habe kein Gefühl dafür. Vielleicht einige Monate, ich weiß es nicht mehr. Sie sind dann irgendwann in Telefonvertrieb gewechselt. Auch keine Stelle, von der die meisten sagen würden, wow, wie toll. Sie haben es geschafft, da rasch positiv aufzufallen. Durch was? Ich habe durch den Sprung raus aus dieser Gesellschaft und raus aus der Ehe eine Sache entdeckt. Und zwar, dass wenn ich Dinge tue, die mir Angst machen, es geht mir danach besser. Also habe ich noch mehr Dinge tun wollen, die mir Angst machen. Und wenn jetzt viele darüber nachdenken, im Telefonvertrieb zu arbeiten oder im Vertrieb grundsätzlich, dann fühlt sich das schon unangenehm an. Fremde Menschen anrufen, mit fremden Menschen sprechen. Und für mich war das genauso. Das war das Unangenehmste, was ich mir vorstellen konnte. Sie kannten es ja von den Türen her. Ja, das kann ich ja schon. Das war das Schlimmste. Ich habe es gehasst. Warum habe ich es gemacht? Weil ich hatte die größte Angst genau davor. Ich hatte die größte Angst, mit Menschen zu sprechen. Ich war so schüchtern, so in mich gekehrt. Und ich wollte es loslassen, also bin ich mit dem Kopf durch die Angst hindurch. Wie haben Sie es dann geschafft, letztlich zu Geld zu kommen? Und zwar zu so viel Geld, dass Sie heute sagen können, ich kann mir meine Wünsche wirklich erfüllen. Irgendwann mal hatte ich die Phase, dann habe ich gemerkt, ich will mehr. Ich habe in Vertriebsbüros gearbeitet, habe gut verdient, war erfolgreich, war einer der Besten dort in dem Büro. Also Sie haben richtig gut verkauft. Ja. Und irgendwann hatte ich den Gedanken, wenn ich das für jemand anders kann, dann kann ich das doch noch zehnmal mehr für mich. Also bin ich rausgegangen und habe mir Menschen angeschaut, die das Leben führen, das ich gerne hätte. Wenn da jemand war, der einen Porsche gefahren ist, dann habe ich den angehalten und habe ihn gefragt, was er denn so macht. Oder wenn da eine Frau war, die eine teure Handtasche hatte, ich habe ihr einen Kaffee ausgegeben und sie gefragt, wie ist sie denn an diese Tasche gekommen? Und keiner von ihnen hat mir jemals gesagt, Mama und Papa haben es mir gekauft. Jeder hat mir ihren Weg erzählt und wie sie den gegangen sind und welche Schwierigkeiten sie hatte. Und ich habe mir all diese Tipps geschnappt und versucht, es so gut wie möglich für mich umzusetzen. Und einer von diesen Tipps war, Geld verdient man nicht, Geld sammelt man. Finde verschiedene Wege, Geld zu sammeln. Und dann stand ich erstmal da und hatte keine Ahnung, was soll ich tun. Also habe ich das Erste gemacht, was mir eingefallen ist und zwar in mein Handy geschaut. Und ich hatte den ganzen Tag das Handy in der Hand. Irgendwo wusste ich, es gibt Menschen da draußen, die machen damit Geld. Aber wie? Also wollte ich herausfinden, wie. Und so bin ich Stück für Stück immer mehr in die Welt von Social Media, in die Welt von Marketing, in Sales reingegangen und habe erkannt, es gibt da tausende verschiedene Möglichkeiten. Ich habe damals angefangen, Social Media Accounts für Unternehmen zu übernehmen. Habe damit Geld verdient. Dann habe ich angefangen, Influencer zu managen, ihnen zu helfen, ihre Kooperationen zu finden, damit Geld verdienen. Es waren so viele Möglichkeiten, allein auf dem Social Media, die ich kombiniert habe und dann das Beste gemacht habe, was ich machen konnte, das Geld nicht ausgeben, sondern investieren. Zum einen mich investieren, das heißt mein Wissen, meine Talente und Fähigkeiten und zum anderen die verschiedensten Möglichkeiten da draußen zu nutzen. Jetzt sagen sicherlich viele, aber Geld macht doch gar nicht glücklich. Was entgegnen Sie da? Ich habe den Spruch so oft schon gehört und ich war auch mal an dem Punkt, als ich dachte, Geld macht nicht glücklich und das stimmt. So dieses Papier, wenn ich mir jetzt einen Papierhaufen an den Nachttisch lege, werde ich jetzt nicht glücklicher. Die Frage ist, was macht man damit, wie geht man damit um und kann man anderen helfen und vor allem für mich hat es immer bedeutet, Freiheit zu haben. Ich wollte das Geld haben, damit ich mich frei fühlen kann und nicht abhängig von, weil ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn man abhängig ist von einem Mann oder der Familie. Ich habe irgendwann mal gesehen, der, der für dein Leben bezahlt, bestimmt über dein Leben. Und als mein Chef bezahlt hat für mein Leben, hat er darüber bestimmt. Er entschied, wo ich am Mittwoch um 10 Uhr bin, nicht ich. Mein Mann hat darüber bestimmt. Und ich wollte endlich die Person sein, die über dein Leben bestimmt. Ganz schön taff und bewundernswert, finde ich. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Teilt das gerne mit uns in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben. Oder abonniert ganz einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr kein spannendes Gespräch. Wenn ihr ein weiteres Video mit einer spannenden und taffen Frau kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch das Gespräch mit Dr. Veronika Wolter, der ersten gehörlosen Chefärztin Deutschlands. Die fand ich auch richtig toll.